Nachwort Bei hoher Achtsamkeit für das Leben, jedes Geschehen und jedes Sein wird scheinbar Gewohntes und Einfaches zu etwas Besonderem. Durch diese Übung und dieses Bewusstsein entsteht eine Haltung der Dankbarkeit für das, was Leben ist und was uns in diesem Zeitfenster geschenkt werden möchte. Dankbarkeit wiederum erzeugt Aufmerksamkeit und Warmherzigkeit als Grundhaltung, die zur Zufriedenheit und Freude führen. Erst der freudvoll Zufriedene vermag sich auf eine Gottessuche zu begeben, welche nicht mehr vom Eigeninteresse instrumentalisiert und dadurch geschwächt wird. Was ich mit meinem uneingeschränkten inneren Ja tue, mache ich mit Hingabe. Dies führt zu persönlicher Erfüllung und ich brauche dann keine Belohnung oder Entlohnung mehr dafür. Was ich aber ohne die innere Zustimmung mache, ist Hergabe. Sich für längere Zeit für etwas hergeben, heißt gegen eigene Werte zu leben, was zu Sinnlehre, Unzufriedenheit und Werteverlust führt. Ohne Sinnperspektive und ohne fundamentale Grundgedanken wird man unruhig bleiben. Denn Unruhe ist die Vernachlässigung von Wesentlichkeit. Die Grundkräfte der materiellen Welt begegnen sich und das Atmer, die ewig unberührte Seele, ist nur ihr entfernter Zuschauer. In der Bhagavad-Gita wird die Seele als der Kshetra-Kya, der Kenner des Feldes, bezeichnet. Und alles, was wir im Tiefschlaf, Traum und Wachsein erleben, erfahren und empfinden, ist das Kshetra, das Feld der Wahrnehmung. Atmer ist in keiner Weise Teil des Feldes, sondern nur dessen Betrachter. Illusion bedeutet, sich mit den Bewusstseinsinhalten mit dem Feld gleichzusetzen und zu glauben, dass die Bewegungen im Feld irgendetwas mit einem Selbst zu tun hätten. Wir sind nicht die Inhalte des Bewusstseins, sondern die reine Erlebniskraft selber. Wenn sich der Geist mit wesentlichen Sinnfragen beschäftigt, vermag er diese Beobachtung nachzuempfinden. Wenn der Geist aber von Anhaftungen und Wünschen beeinflusst und dadurch aufgewühlt ist, wird es ihm unmöglich, tiefere Erkenntnis aufzunehmen, der sich gezwungenermaßen mit dem momentanen Inhalten des Geistes beschäftigt. Wie seltsam ist es, dass Menschen Ängste haben, diese Dinge zu verlieren, deren Schicksal es ist, zu vergehen. Zur gleichen Zeit ignorieren sie das, was für immer das Ureigenste ist und das ihnen für alle Ewigkeiten zugehörig ist. Wenn ich doch anderswo hingehöre, wieso breche ich nicht augenblicklich auf? Wenn ich aus einer anderen Sphäre stamme als aus dieser Vergänglichkeitswelt, wieso halte ich mich hier fest? Wenn meine innerste Bestimmung mich an einen ganz anderen Ort haben möchte, wieso zögere ich und halte mich auf? Die Antworten darauf können nicht mehr auf dem Marktplatz der endlosen Meinungen gefunden werden. Die größten Bibliotheken der Welt werden scheitern, da eine klare Antwort zu schenken. Wir haben keine andere Wahl, als uns immer tiefer in die Seele zu versenken und von da aus in den heiligen Namen. Wenn der Geist dann ganz still wird, kein Impuls des Unterbewussten uns mehr anrührt, keine äußere Situation mehr erfreuend oder deprimierend auf uns wirkt, dann mag stückweise langsam eine Ahnung in uns dämmern, die wir so lange ignoriert hatten und zugleich auch eine Bereitschaft erwachen, die Konsequenz davon zu umarmen. Eure Stimme, Radishiam, in meinem Innersten.